Hallo, ich will euch mal Peppi vorstellen. Peppi, sag mal, hallo. Das ist Peppi. Jetzt sagt er, das ist Mario, mit dem bin ich heute hier unterwegs am Hirschberg. Hi Mario. Und Mario ist unterwegs mit Peppi. Peppi ist ein zahmer Papagei. Und er kann leider nicht fliegen, weil er nur einen Flügel hat. Aber er lebt zusammen mit Mario. Und heute ist er mit uns hier unterwegs und macht einen tollen Spaziergang durch den Wald. Mal sehen, was wir heute noch alles erleben. Bis dann. Tschüss.